mw2 battle jay mw2 battle auf favela mit werken es gegen nils und kei.. äh nils und finnen ach da wollte ich knifen ich glaube aber wo ist der? oh gehoben oh nein na nils, wieder runter gefallen Niiiich lol lol dat ich hab erst überlegt ob der da im blauen haus in der ecke sitzt was, wa, 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 waas da war ich hier in der ecke was bist du fürn schlucker nils ja huhuhu ach ey, ich hab auch das hab ich geschlossen lol ich hab auch die unterfall 10 im best auf verpasst ja musst du mir sagen welche folge wann das war, denn dann kommt dann alle da rein ok dann such ich mal alles aber heute noch machen ich hab mir lange gehalten In front of me Ich will wieder CSGO zacken Dauert nicht mehr lang, dann habe ich mehr Stunden in CSGO als in MB2 Iceballaden Finnen hat das gleiche mit Borderlands Ja Und dass sowas heißen Du brauchst schon geiles Spiel Iceballaden Ja Ey meine Hitbox Boah Sega Ok ich spiel ne andere Waffe Ganz genau Wollen jetzt hör mal auf mir so rumzurülpsen Ja äh ich hab nicht getroffen deshalb Weil immer wenn du dich hinlegst ne dann krieg ich n Anfall Durchfall Durchdurchfall richtig Ok Apropos Durchfall bei Kelly Boah Jetzt hör mal auf mir immer so rumzurülpsen ey Ja tu mir echt leid aber Es kommt von beiden Seiten raus Fuck Oben Das hast du doch gesehen oder? Du wolltest einfach nur dass der mich killt oder? Wieder aufs hochhaus gelaufen Ich hab den nicht gesehen Aber du darfst dann nicht über die Treppe hoch weil da steht ne Clay Guck mal wie lange ich mit meiner OMP Schall brauch um den zu killen Ja aber ich brauch keine Settel Ist die Clay jetzt hochgegangen weil du drunter lang gelaufen bist Nein das war meine Flash Was so? Dat wusste ich Ja 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 Apropos Clay Apropos Clay Apropo Apopopopopo Apopopopopo Bin denn immer hier dieser Dings Künstler Erstmal ne Clay machen Ja das mach ich immer aus Gewohnheit Wegen den Wie ist das? Wenn ihn frei für alle gegen Mattes Suchen und zerstören Da wurden nur Clay's geplantet Clay's geplantet Clay's geplantet Clay's geplantet Oh du hast was Flasht Hast du hier Frau Peggy? Nö Quasi gar nicht Echt nicht? Doch Ich renne da so lange auf einmal fängt mir so ne so ne so ne Samtex am Kopf vorbei Ja Da dachte ich mir mal Geh ich der Sache mal Auf den Grund Im Grund Und Äh Vor Eisbär Vor Eisbär Äh Aua Alter Wie lange man Alter ich mach nur geflasht Du riechst so ne Ja Wie ist ey du Du pilgerst dann so vor wie lang Wie so ne Homie alter Ich war ge... Ich war geflasht 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 Hier Beim Wrestling Äh Wie heißt das Ding nochmal Pstst Und dann weh... Kloßlein 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 Geht jetzt rüber zu Badezimmerhaus Nee Oh 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 Hast du mich... Hast du mich... Hast du mich abgeschossen den ich angeschossen hab Nee Hab ich dich abgeschossen Alex Nein Wo war der so ungefähr Der der... Den den ich angeschossen hab war da unten da Das ist der da wahrscheinlich Wie heftig man verzieht Für die nächste Runde DC Na ja Na ja Na merkst du ist auch nicht verzogen Ja ich hab wenigstens ja nicht getroffen Ja ich hab gekillt Und nicht durchgedrückt Nee ich mein wenn man getroffen wird Dann ziehst du voll nach oben Ach so das meinst du ja das stimmt Ja Ah ziehst du voll nach oben Das war... das war hart Einfach wie so ein Blaufall Hartnubig Wo war der denn? Äh der ist zu... Von sich aus darunter gerannt Richtung... A Richtung B Hm Aua Loll Aua Das ist mir auf mich spiel Ne Wo warst du? Ihr blind geworfen Nun nicht du Eumelkind Überhaupt nicht gesehen Einfach nur Aua Aua Alter du Aua Das macht man jetzt sowas Ne das weißt du auch ganz genau Sowas kann tödlich sein Ja Suchen und zerstören Der die gelbe Lassi verteidigen Lassi verteidigen Le bombe erlangt Le bombe sie wurde erlangt Oh Fleckmilch Loll Loll Ich fahr schon drüber What the fuck Und dann muss ich Spanisch nachschreiben Ich denke mal Oben drüber bei dir Boah Alter hab ich euch schon erzählt Dass wir unseren Superschweren Englisch Test Wiederbekommen haben Oh und? Und? Gerade so die Eins Nein Maka die Eins 58,5 von 60 Punkten Das geht aber besser Eka wo hast du die Fehler gemacht? Ähm Hello Verrate ich nicht Na erzähl Nein Verrate ich nicht Waren aber alles Rechtschreibfehler Was? Hallo mit einem Elf Musstest du nicht was Haus auf Englisch heißt? Nee Doch Ich hab... Nee Nee doch ich hab nee Ich hab geschrieben Da wo mein PC steht Nein, wie lang Allah I think I spider I understand only train station I make me me nothing you nothing out of the powder Ratter 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 Schauber Dead UMP Hast du die Waffe, hast du sie Die kommt auf jeden Fall Offiziell nicht mehr in meine Klasse Mit Rotpunkt geht die eigentlich Einfach zu random spray Geht gar nicht klar Oh shit Ist da doch einer Wie war Nils einfach nicht zu sehen war Das ist ja das Spiel Dass du das nicht gehört hast, wie ich hier hinterher geschossen habe Ja doch, aber ich dachte du Guck mal, was ich jetzt mache Mein Leben hat keinen Sinn mehr Hab es für einen Falscher angeschwommen Ja, ich denke mal schon Ich kann auch wissen, dass da ein Treppenhaus ist Man, LK, ich hasse dich, ey, du bist ein Arsch Und noch einmal die fucking Bombe mit Nein Nein, das macht ja nie, das reduziert meine Geschwindigkeit Was? Das ist echt so Wollen wir tragen, mach dein langsamer Ja Oh, jetzt habe ich aus Versehen eine Granate geworfen, das hat mich eben kurz verwirrt Wie langsamer Oh nein, nein Oh, 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 oh Ich finde, ich hasse deine Gay-Clays Oh nein, nein Oh, das hat, aua Ich glaube, er hat sich gerade dreimal fast selbst gekillt Ja, einmal runtergefallen Richtig hart angefickt Und dann Fuck Weiß für ne... Was auch immer du da gemacht hast Tududududududu Ja, ich bin der... Hallo Warum hat der eigentlich... Warum hat der zwei Granaten im Köcher? Köcher? Ja, oder an seinem Gürtel Wir haben die Bombe! Ach, ja, ja... Stolz, stirbst du mal? Nubigkeit auf höchstem Niveau Danke Nee, von mir Hä? Kells Camperhouse Dach Dingens... Oh, kommt's wieder noch einmal alle her? Ich bin gewollt! Hoch! Oh nein Ist Mathe bei euch auch so behindert? Oh ja Da steht da kein Wort Glück haben wir keins, ja Oh, ungeil, ich kann grad nicht sprinten Mathe... Mathe ist bei uns cool Ah, geht wieder Danke, dass ihr gewartet habt Oh, fuck, der sitzt da im Busch Bei ihr Arsch und am Spot, am Spot Oh, ist okay Weihil mich Lauber Das muss ich besser werfen müssen Ja, mein Spiel hat sich minimiert Ja, Internetsperre ist ja auch drin, ne? Oh ja, äh, äh, hier Eki, das musst du auch in den Superstoff schneiden Alle Internetsperren Ja, ähm, klar Gib mir die Folgennummer, ich mach das Eki, du bist selber der Herr über deine Folgen, also musst du auch alle Folgennummern auswendig können Ja, auf jeden Fall Auf jeden Fall Bei 300 Videos auch super easy, alles zu überblicken 300 Videos hast du schon Ja, ich glaub 280 oder so Ja, wär fast ins Auge gegangen, ne? Guck ich mal nach Hätt dir fast mein, fast mein Rotmesser im Popo gerahnt Ja Äh, Eki, warte ist der in MW2 Folge Nummer 80 Äh, das ist ein Best-, äh, das ist ein Special Oh shit, sauber Ohhhh, das weiß er Ja, das weiß ich Ja, das weiß ich Ne, ich hab nur 225 Videos Finnen, das wär jetzt aber nicht gnädig Ja, ich hab erst überlegt, ob ich dich dingsen lasse Ja, das wär echt netter gewesen Jo, halt im Arsch Hedewarsch, Hedewarsch, Hedewarsch Hedewarsch, Hedewarsch 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 Boah, ich bin negativ, Alter, ich muss ja drehen jetzt hier Jetzt geht los Na? Das kann nicht sein Das kann nicht sein Das kann nicht sein Wisst mir, glaub ich, Udo What the fuck War sowas von 100 Eurozentig drauf Hooh第二 Oh 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 Speed Sexy Oh, geil Oh Oh shit Oh Ja Jo 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 Alter, spiel noch mehr Ooooo Oh yeah Ich wollt grade sagen, ich werd, glaube ich, gleich von Nils gemessert Wieso? Ja, ich hab dazu gewü... Im Gefühl, irgendwie immer wenn ich mich nicht schnell genug bewege, kommst du irgendwie von hinten gemessert Was ist da raus? Hab dir noch geholfen? Ich muss aufs Klo! Ja! Oh! Pfff! Guten! Hinter! Mir! Irgendwo! Loll! Sag doch ein bisschen! Loll! Ich hab ihn nicht gesehen! Nein! Serious! Wie schon wieder in die... In dem Moment hat's bei mir... Guck mich an! Was? Ey, ich hasse sowas! Ich fall einfach in die letzte Ecke, da ist eine Ritze und ich fall da rein! Du bist aufm Dach, da gibt's mehrere Ritzen, in die man reinfallen könnte! Ja, aber eine... Mh, nö, ey! Flog schon wieder ein Wurfmesser auf mich! Genau! Alter, Dead-Schlucker-Modus! Oh, wenn ich mich ausgehalten habe! Oh, Mann, ich hab recht, dein Bock mehr! Oh, was war... Was war das denn? Was war das denn? Finn hat auch übelst gefressen! Ja, und ich war übelst nuig! Ja, aber wo war der denn? Der wurde mir verkartet ja müdeig angezeigt! Hast du Schnalldämpfer ab? Nein... Björn, ich schon die ganze Runde mit Pompé! Nali! Jetzt aim ich dich weg, Alter! Jetzt aim ich dich weg, mein Freund! Ich verstehe dich dann auch gleich! Ja, okay! Äh! 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 Ja, mein Schwert ist minimiert! Geskafft! 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 Alter! Wo wiesel ich denn? Hallo! Seitenwechsel! Ach! Nöööö! Nicht schon mehr Seitenwechsel! Suche zerstören! Das Ziel zerstören! Mir haben die Worte! Ich hab nicht auf dich geschossen,odieil! Verdammt! Oh, das wird schon wieder schief gehen bei mir. Ich werd gemessert. Meinst du das? Ich bin sogar sehr, sehr sicher. Oh, lol, hab ich mich erschrocken! Äh, ich finde das gerade irgendwie nicht ansehen. Ne, bin ich nicht. Ah, da ist er wieder. Ich muss mir nur kurz, äh, schreiben. Mit Karachi? Ne, Chea... Shira. Shira. Oh, lol, in den blauen Haus, blauen Haus. Ich weiß, ich konnte leider nicht durch die Wand schießen. Doch, hast du. Nur nicht getroffen. Klar, auf jeden Fall nicht getroffen. Sauber. Hi. Hallöchen. Hallölö. Wie geht's dir so? Joa, ganz gut, ne? Eher... Ja, super. asi! Was ICITATIONED?! Ja super Und er hat wieder seine Clay geplantet Oui oui LOB! Und da hat die Sion ausgelöst Das ist nicht wahr Wir haben die Bombe Ich stand da einfach genau vor Mh Mh Jetzt seid ihr neben dir Oh oh Sorry Der Schlockermund Du wirst sterben, Elk, ja Ich weiß Keine gute Idee Sauber, 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 sauber Kann er sein, dass das ausgesüffelt wird, ob man jetzt durch die Stange schließen kann oder nicht? Ja, da sitzt so ein Asiate Irgendwo in deinem Hinterzimmer Er hat mich erst nicht getroffen, ich hab ihn getroffen Dann hat er mich getroffen und ich ihn nicht Ach, er hat sich gesehen Das Ziel zerstört Äh, jetzt fangen wir mal langsam wieder an Äh Jetzt fangen wir mal langsam wieder an Äh Oh nein, ey Wo kommst du denn immer her? Meine Fresse, ey Den nennt Calvin John DeLicht Merkens Ja, sorry, ey Das muss jetzt noch raus Oh, fuck Gott Wenn den sitzt dauerer immer seine scheiß Clayplantel Also, man wird das nicht so schnell laufen, der ist Mitte Eismeerladen Er hat mir ein paar Sachen mit der hergeworfen Er sagt sich, interessiert den nicht Hatte ihn noch nicht mal aufgesammelt Oh nein Elkjamjod Billicht Der saß im Wadezimmer Äh Bin ich? Ich wollte noch einmal knüneren Fuck hab ich mir erschrocken Das kommt ins Phasma Oh, hab ich mich erschrocken Scheiße hab ich mich verjagt Boah, das Geile ist, ich bin fast in die Clay gesprungen durch die eine Flash noch. Ja, stimmt. Oh, nein! Schöne, das... Oh Gott, das... Safe-Kill hoch 1000. Ja, du wurdest genug Safe-Kills schon weggehauen. Das ist nicht dein Ernst. LOL! Das ist nicht dein Ernst. Ah, LOL, der grüne... Genau so mit dem Ernst. LOL, war ich der grüne... Oh, ich war der grüne Punkt auf deinem Ernst. Like a Cable, genau so, die Scheiß. Äh, bei A-Hockei rum. Ja, ich bin nicht wahr. Oh, Mann. Bester, das muss als Bester. Ich hab nen grünen Punkt auf einmal abgesehen, hab ich gedacht, alles klar, dat ist mehr Angst. Jaja, rechtfertig, zählt hier. War denn wohl ich? Oh, der Camper da oben wieder, ja. Nicht der Camper, ich hab mir die architektonische Bauweise des Hauses angeschaut. Logisch. Ja. Nein. Lol. Das war meine Clay, glaub ich, oder? Kann das weitergehen? Oh, Reggie macht einen Abgang. Nein! Warum? Warum geht der her? Das war ein Safe-Kill. Na, haben wir gewonnen. Ja, war easy. Ah, der killt hat mich mit seiner Punisher. Wie weit war Andy davon entfernt? Ja, er saß... Und dann hab ich so gedacht, alles klar, einer schießt da lang. Hab ich gesehen, oh, grüner Punkt im A-Haus. Ja, wird merkens sein. Haust du auf A-Spot rauf, weil da lief einer. Ja, war merkens. Ja, das war ich. Ich geh ihm auf den Club. Bis zum nächsten Mal auf deinen Schieß. Ciao.